So, da sind wir auch in der ersten Namer-Aufgabe. Ich habe mich gerade das erste Mal eingedockt. Ich habe nur gar nichts gesehen, keine Leaks oder sonst irgendwas. Aber genau das hier habe ich schon erwartet, dass in Gruppenkeile die Hölle los ist. LOL. Ich glaube, mit dem kann ich erstmal nicht mehr sprechen. Ah doch, jetzt wieder. Wie gesagt, es geht um die Aufgabe, sprich mit einem Fußballcharakter. Warte mal, wo haben wir sie? Bam, da, da, da. Sprich mit einem Fußballcharakter kriegen wir auf jeden Fall schon mal den Ball. Das würde ich sagen, machen wir jetzt auch direkt mal als erstes. Ich hoffe nur, ich kann auch mit dem reden, ohne zu verbrennen. Oh Gott, hier ist ja die Hölle los. Ja, so als wäre er im WM. So, haben wir die Aufgabe schon mal erledigt. Dann trifft Ziele mit dem Spielzeugfußball. Okay, was haben wir noch? Lege Distanz zurück. Na gut, das kriegen wir easy hin. So, dann, naja, das geht nicht. Aber, dann haben wir das schon mal das erste Mal gemacht. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, denn wir müssen dafür, um diese Aufträge zu erledigen, beziehungsweise mit einem zu sprechen, einmal Holly Hatches, einmal Pleasant Park oder zu Dirty Dogs. Ist eigentlich ziemlich simpel, dürfte auch für jeden möglich sein. Ihr seht ja, zur Zeit ist die Hölle los. Nehmt dafür auf jeden Fall die Gruppenkeile, sonst wird es nämlich verdammt schwierig. Dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Ich setze mich weiter an die Aufgaben und in dem Sinne, haut rein!